Wohnung in Vollbrand, bis zu 16 Menschen erleiden Verletzungen Recklinghausen, bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen haben sich etliche Menschen verletzt, einer von ihnen erlitt großflächige Verbrennungen. Zu dem Feuer kam es am Montagmittag im Stadtteil Grüllbad auf der Baumstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie sprach danach von einer schwerstverletzten Person sowie 15 weiteren Personen, die leichte beschwere Verletzungen erlitten hätten. In den meisten Fällen habe es sich um Rauchgas-Inhalationstraumen gehandelt. Als die Einsatzkräfte gegen 12.10 Uhr eingetroffen seien, habe die Wohnung im zweiten Ohrgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand gestanden. Flammen schlugen aus den Fenstern. Eine Person wurde liegend vor dem Haus aufgefunden, eine zweite Person konnte durch Feuerwehrleute aus der Brandwohnung gerettet werden. Das gesamte Gebäude wurde geräumt. Nach dem Brand und den Löscharbeiten war die Wohnung nicht mehr bewohnbar.